Einmal bei Lava Rush. Komm schon, wir können beide Runden gewinnen. Wir haben unsere Wasserfußabdrücke dabei. So können wir die Lava vielleicht ein bisschen auslöschen. Bro, ey, was ist das für ein Video, Digga? Wir rassieren komplett heute Double Guys mit den neuen Skins. Komm, 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 velocity. Ah, guck mal, die hat so einen eigenen Effekt beim Laufen. Gibt euch mal. Das hat nicht jeder Skin. Die läuft so ein bisschen anders als die anderen Skins. Das finde ich ganz nice. So, zack. Bro, wir spielen gerade unglaublich gut. Digga, was ist hier los? Leute, wir spielen perfekt. Wir spielen perfekt. Leute, 9 von 10 Velocity Skin. Guck mal, warte mal. Warte mal. Wir machen was. Wir machen was. Wir verarschen die. Warte mal. Wir verarschen die. Wir verarschen die. Wir verarschen die. Jetzt, pass auf. Wir verarschen die, Leute. Wir verarschen die. Oh, okay, Digga, das ist so krass, Freunde. Der Skin ist heftig. Das Video ist so geil.